Yo, moin Leute, willkommen zu diesem Video. Ich habe heute hier einen CLK, 200 Kompressor, der kriegt einmal neuen Auspuff. Also, ja, das ist nach Cut-End-Top. Wir packen erstmal das Neujahr. So, also, es wird Mittel- und End-Top-Frostat eigentlich sein, das macht ja gar keinen Sinn, sonst. Es ist noch zu früh am Morgen. Gucken wir mal. Da haben wir hier einmal was. Ja, genau. Mit Befestigungsmaterial. Hier ist eine Schelle. Das ist, glaube ich, original. Jetzt ein Teil. Ich gucke mal schnell runter. Ja, genau. Original ist das ein Teil und geht in eins durch. Schöne Diesel-Optik mit den Endrohungen. Auch mal was. Ja, da schauen wir mal, ob wir vielleicht die anderen Endrohungen noch dran schweißen, oder ob wir das umschweißen. Das heißt, erstmal den alten Scheiß rausfüllen. Ja, wir gehen mal einmal unter das Auto. Ich bringe mal das Beutrecht. So, und dann ist der einmal da vorne. Das ist nämlich zusammengeschraubt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht mehr losgehen. Ich werde es versuchen. Ich habe das schon ordentlich mit WD-40 eingespült. Das wirkt schon eine ganze Weile ein. Habe ich seit gestern Abend. Ich versuche es zu lösen, ansonsten müssen wir es flexen. Ich stelle euch nebens Urtballer. Ich stelle euch nebens Auto. Nebens Auto. Ja, so geht's auch. Einmal abgerissen. Jetzt brauche ich natürlich irgendwas, um es zu holen. Ne, das hat keinen Zweck. Also da kriegen wir doch nichts gelöst. Dann heißt es flexen. So. Jetzt ist das Ding. Ich komme an die obere nicht dran. So. Also ich werde es jetzt so machen, dass ich hinten alle Halter abbaue, dass ich ihn ablassen kann. Und dann werde ich hoffentlich da ran kommen. Kleiner Tipp. Wagenheber drunter stellen. So. Der ist ab. Jetzt muss ich hier noch die Reste raustreiben. So. Es folgt der Applikatorische Soundcheck. So. 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 schon mal eigentlich so lassen klingt ganz geil spielerei wie immer ja jetzt habe ich hier den neuen mit dem lunch mit dieser metall dichtung da drin die ganze ist ja eben auch ausgeflogen während ich das abgekloppt habe jetzt muss ich einmal da den halter aus dem gummi rauskriegen der kommt dann nämlich hieran mit einem neuen gummi natürlich aber den halter der eine karosserie geschraubt wird den brauchen wir ist ja klar der mitteltopf ist relativ leicht das sollte man eigentlich so hinkriegen ganz gut allerdings der entkopf der ist so schwer aber das kriegen wir dann auch hin ich werde auch den hinteren halter hier jetzt noch nicht anschrauben damit ich nach dass ich ein bisschen spielraum habe um den endtopf obwohl mir gerade auffällt nie erst den endtopf dran haben ist glaube ich schlauer und dann dass wir hier so eine einfache bin ich wo bin ich wo bin ich wo bin ich was hier so eine einfache rohverbindung rein schieben und dann ja genau so rum also erst mal ein endtopf anbauen jetzt können wir gleich von vorne schön den anderen draufstecken zusammen schrauben also erstmal nur zusammenstecken dann vorne fest genau und dann können wir das alles noch schön ausrichten schrauben wir den anderen halter schon mal fest so Jetzt wird noch einmal geguckt, ob er irgendwo anschlägt. Sollte alles passen, d.h. wir können hinten die Schelle festziehen und dann starten wir und gucken, ob auch alles dicht ist. Der Auspuff ist somit getauscht. Alles wunderbar und dann war es das mit dem Video und ich wünsche mir viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.